So, hallo zusammen! Wir haben Sie gefragt, welche Eisläden im Allgäu denn die außergewöhnlichsten Eissorten verkaufen. Und heute testen wir mal. Wir sind gerade hier in Ofterschwang beim Eisladen und dort gibt es Bergkäseeis. Also los geht's! Und das ist jetzt das berühmt-berüchtigte Bergkäseeis. Das war tatsächlich das Eis, was uns die meisten User empfohlen haben. Deswegen schauen wir einfach mal, wie das schmeckt. Also es schaut aus wie Vanille-Eis, würde ich sagen. Oder Joghurt. Ja, schon irgendwie. Von der Farbe her können wir jetzt nicht sagen, dass es Käse wäre. Ich test's jetzt einfach mal. Ich finde es echt interessant. Es ist nicht süß. Es hat leichte Käsestückchen, paar kleine. Es schmeckt sehr frisch. So ein bisschen wie Frischkäse. Nächster Stopp ist jetzt das Café Waldis in Immenstadt. Hier probieren wir Erdnuss-Wasabi-Eis. Und weil ich noch nie im Leben Wasabi gegessen habe, bin ich schon sehr gespannt, wie es schmecken wird. Also es schmeckt sehr nach Erdnuss. Den Wasabi an sich schmecke ich jetzt im Eis noch nicht. Ich probiere es jetzt mal mit Nuss. Da merkt man den Wasabi ganz deutlich raus. Schmeckt lecker. Ist ungewohnt, würde ich sagen. Also ich finde auch, dass es sehr lecker schmeckt. Schon sehr stark nach Erdnuss. Aber ich finde, im Nachgang hat man schon irgendwie so eine kleine Schärfe. Unser letzter Stopp ist jetzt das Eiskaffee Venezia in Kempten. Und hier probieren wir gleich zwei Eissorten. Nämlich Olive mit Fetakäse und die freche Allgäuerin mit dunkler Schokolade, Allgäuer Bergkräutern und Latschenkiefer. Also es sieht aus wie Eis mit dunkler Schokolade. Ich bin echt gespannt auf die Kräuter, vor allem auf das Latschenkiefer. Ich finde, es passt gut zur dunklen Schokolade. Es wird jetzt nicht mein Lieblingseis. Das kann ich, glaube ich, gleich nach dem ersten Löffel sagen. Es ist ein bisschen was Herbes mit drin. Das ist das Latschenkiefer. Das kommt ganz eindeutig raus. Die Schokolade merkt man eigentlich, finde ich, fast gar nicht. So schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es jetzt nicht. Ich finde, man schmeckt schon die Schokolade ein bisschen raus, ganz am Schluss. Aber mein Eis wird es jetzt auch nicht unbedingt. Das finde ich echt gut. Die Olive schmeckt nicht so, wie man die klassische Olive aus dem Supermarkt kennt oder vom Markt. Der ist süß. Den Feta-Käse, finde ich, schmeckt man, also der ist ganz leicht nur dabei, nicht so intensiv. Ich finde es echt gut. Also ich finde es jetzt auch echt lecker. Es schmeckt, finde ich, sehr fruchtig, sehr erfrischend. Und ich hasse normalerweise Oliven, aber jetzt in dem Eis finde ich es echt lecker. Also mir schmeckt es. So, jetzt waren wir in drei verschiedenen Eisdielen im Oberallgäu und haben insgesamt vier Sorten Eis probiert. Wir haben pro Kugel zwischen 1 Euro und 1,30 Euro bezahlt. Jede Sorte hatte was ganz Besonderes, was Außergewöhnliches. Und dabei haben wir festgestellt, man muss einfach auch mal über den Tellerrand gucken und mal was Neues ausprobieren. Und, will jemand noch ein Eis? Boah! Ne, ich glaube, ich brauche einen Kamillentee. ...